Liebe Schwestern und Brüder, jetzt ist sie da, die wunderbare Weihnachtszeit. Lange haben wir uns darauf vorbereitet, in der Zeit des Advent. Und doch vergingen die Tage wie im Flug. Nun feiern wir das Weihnachtsfest, das Fest der Geburt des göttlichen Kindes, Jesus von Nazareth. Von diesem Ereignis in Bethlehem geht Frieden aus. Hinein in unsere Welt, hinein in unsere Herzen, hinein in unser Zusammenleben. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Fröhliche Weihnachten!